So, wir schauen weiter, Sea of Seas, auf der Suche nach Jack Sparrow. Und der Kompass sagt, wir sollen hier nicht hin. Kompass lügt. Ja, der Kompass lügt. Hier hinten geht's lang. Da hinten geht's lang, oder was ist hier? Ist hier noch? Ne. Wieder Hip-Partie machen, oder? Wahrscheinlich. Aber die Holzdinger da hinten, glaub ich. Also hier unten, wo es mit Holz weitergeht. Ja. G'sacht, das ist genau das Nimm-Dig-Gi-D-Wort. Ja, schrecklich. Hey, du musst hier die Leiter hoch? Ja. Ach, haben wir alle geschafft. Ja. Hier gibt's kein Dodge-Boom wie bei Guild Wars, doch Hans hat nämlich viel weiter. Ja, Jensel! You Perros want your freedom! The Executioner will set you free soon and after! Wer von euch redet denn da eigentlich? Irgendein. Fortwäschter steht unten. Aha, ach so. Wer da jetzt rüber? Der Luke. Was ist da? Irgendwas. Ja, okay. Da, oder? Kommt noch nicht rüber. Da hast du mal hochgekommen. Ach, das ist doch, wo wir herkommen sind, oder? Ja. Oh Gott, ganz knapp. Und hier geht's auch weiter, ja. Gott, der ist doch drüber gesprungen, oder was? Ja, ganz knapp. Muss, muss. Gar nicht knapp. Ganz viel Anlauf. Oh Gott. Ja, so ist das Leben. Dummlichen Cheater doch wieder. Ja. Da solltest du lieber nicht herrehen. Haben wir bloß eh Probleme, ich komme hier nicht mehr hoch. Doch. Ach, du musst den einen nach unten machen, und dann geht der andere von alleine wieder hoch. Ja, das probiere ich gleich mal. Wo ist denn da noch einer? Äh, steig mal rein, Markus. Ja. Ach, da ist einer. Und jetzt ganz schnell in den anderen rein. Jetzt warten. Ja, ich warte. Ah, der geht von der Loy, okay. Ja, weißt du, wie willst du das sonst alleine machen, ne? Ja. Sehr fies. So, dann gehen wir wieder hier hin. Oh, mit zwei Sprüngen geht hoch. Ja, ganz knapp. Du musst da auch wirklich im letzten Moment abspringen. Weißt du, was wir da jetzt machen? Bestimmungsvolle Musik. Oh Gott, das ist wenn ich oben machen muss, wie ich hasse es. Das ist immer ein neues Lied. Was hier? Ja, warte kurz, ich steig ein. Und er nimmt den rechten Korb und wartet darauf, dass die Schwerkraft ihre Arbeit erledigt und schwuppdiwupp ist er oben. Und jetzt kommt das, ein etwas schwieriges Stück, die Sprungpassage. Leider sehen wir es nicht, das Kamerabild ist auch leider verschwunden. Aber gleich kommt er aus der Luke raus, wenn es funktioniert hat. Oder nicht? Ja, wir werden es sehen. Und da ist er. Kommt man da dann ein bisschen weg, weil wenn er dann direkt da hinspringt und dann hier abklackt. Und er nimmt Anlauf. Irgendwo muss ich nicht rüberspringen. Genau hier über die Hölzer. Gott. Und denkt dran Sprinten. Ja, Sprinten und Anlauf. Und später abspringen. Du bist jetzt auf einem halben Brett abgesprungen, du musst auch wirklich am Ende des Brettes springen. Das war es ja an dieser Ego-Perspektive-Hass, weil das sehe ich nämlich nicht. So, warte kurz, das ist jetzt ein komisches Zeichen hier verschwindet. So, und jetzt geht es weiter. Ich muss mal ein neues Lied nehmen. Dann such mal ein neues aus. Okay. Wir beobachten wieder, der Käfig, ja, jetzt hast du. Oh, das hatten wir anscheinend die ganze Zeit schon. Und wieder fährt der Fahrstuhl nach oben. Mit dieser tollen Fahrstuhlmusik. Und jetzt kommt wieder zur ersten Sprungpassage. Und da ist er wieder. So, und jetzt geht es los mit Anlauf. Und yeah. Oh Gott. Das war doch jetzt der Sprunggeile. Na dann, kommen sie mal wieder alle hier ruf. Alle da ruf. So, dann geht es weiter. Und alle runter. Ich mach es. So, dann kann ich das Ding benutzen, Arthur. So, Stummelchen, dann komm mal her. Hä? Hä? Ja, ich bin gleich da. Ich mach jetzt hier wieder unsere Schönen an. Ich mach links. Oh, hier kann man Batman rufen. Ja. So, na, du hast links. Dann nehme ich mal, hey, die drehen. Ja, ja. Geh nur nicht ab, okay, gut. Hast du? Ja, wir müssen bis kurz gucken. Ja, wird halt die Richtung her. Da, noch ein bisschen rüber, dann habt ihr den Vogel. Jetzt kann man Batman machen. Ach, das Ding muss mal anleuchten. Ja. War anscheinend. Ah, doch. Okay. Warte. Und, aber was? Unten? Ja, das ist ja schon an. Äh, unten nicht. Was, unten nicht? Da war noch eins. Guck. Ach, die sehe ich nie. Äh, weiß nicht, ob jetzt noch welche Folgen... Ah, da oben war eins. Da fehlt noch eine. Lächeln mal da genau, warte, halt mal so. Ne, okay. Vielleicht noch eine. Weiter. Ja, so weit kannst du ja leuchten. Brauchen wir ein 4 oder was? Ne, guck mal, vor uns leuchten Kerzen. So viele Kerzen wieder leuchten. Ja, aber die eine ist doch aus. Ach, dann, dann muss da drüben noch was sein. Ja, dann muss da rüber. Guck mal, die ist unten, die ist weiter unten. Geh mal runter. Runder, runter, runter. Jetzt wieder zurück ein bisschen hoch. Ja, da ist da nix. Kommt der noch weiter rüber? Noch weiter rüber. Es leuchtet noch 4 Stück. Ja, da ist noch eine, die nicht leuchtet, deswegen frage ich. Ja, aber es leuchtet 4 von den Dinger. Ja, 4 von 5. Ja, geh mal weiter, geh mal weiter. Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Ja, dann. Hab's das. Jetzt hoch machen. Ja, da. Ja, da hinten. Ja, da hinten fahren sie, die Schütteln. Was an den Weapons? Oh, hier unten. Die schießen die Spanischen. Die Spanischen, ja. Die greifen uns aufs Schiff an. Da haben wir eigentlich so ein kleines Schiff heute. Das ist genau dasselbe wie sonst auch. Richtig, aber die Mierer sind viel größer. Weil die Galleonen haben und da sind... Not, not lads. Die Spanische hier. Danke dir Kindle für lighten uns einen Weg. Und jetzt sind wir hier, um den Mann zu holen, was Kapitän Barbosa ist beendet. Und über Jack Sparren! Und wir haben keinen Fall, um ihn zu verabschieden. Wir sind nicht die Spanisch-Splitze. Wir dürfen nicht mit Piraten sprechen. Piddy! Denn wer als Soldaten in Barbosa wohnt, wird bald die Soldaten sterben. Aber wenn das die Wahl ist, Stummig entspannt hin. Ja, da steht irgendjemand und labert. Die schießen jetzt hier. Ja, um treffen können sie nicht. Ich will jetzt vielleicht irgendwas machen. Geh mal runter. Und dann keine Ahnung runter. Komme ich hier am Dims rum? Ja? Vielleicht sollen wir auch nicht, äh... Rutschießen? Ne, auf die Schiffe gehen. Oh! Oh! Was denn? Der Navadour ist jetzt nicht. Gucken, ob er es funktioniert. Ne, ich glaube, ich kann seine Wettbewerden nicht. Ah ne, der zeigt mir wieder, ich soll zurück. Oh! 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 Ah, umdreht die Entfernung. Ah, die Mohn, ah, Phantoms. Aufpassen, die können sich teleportieren. Die sind dann auf einmal hinter dir und machen nicht fertig. Phantoms, oh ja. Markus guckt von oben. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe die Schraubschutz gekehrt. Aber da sind keine mehr. Nee, gar nicht. Ah, hu. Oh, ich habe keine Munition mehr. Schon mal irgendwo nachladen. Mal gucken, ob da irgendwo was ist. Wunderbar habe ich eigentlich nicht gesehen. Seid ihr einfach runtergesprungen? Nee, wir haben geguckt, wo man nicht so tief fallen kann. Da ist nur ein Dach weiter unten. Und da bin ich auch gesprungen. Oh, komm. Wie jetzt hin? Bis ich schon tot. Genau. Oh, da ist wieder einer. Ja. Ich dachte, ich nehme mir schon eine. Und es geht... Oh, jetzt ist er da. Ah. So. Ich muss jetzt verkämpfen. Frag was hinter dir. Ja. Du Arsch! Habe ich dir das erlaubt? Wir sind überall in Kisten, wo Essen drin sind. Ja. Ich muss kurz was essen. Doch. Er hat hinter mir aufgetaucht. Da ist er. Da bleibt man hier. Pass auf, er macht eine Attacke, die uns wegsteutert. Oder auch nicht. Er isst was. Oder ne, er schießt. So. Jetzt komm. Gehen die Knie gezwungen. Gehen die Knie, ihr Guts. Sparrow is not here. There is no reason we should linger. But know this. If you continue to meddle in Bargamosas affairs, there will be no power living or dead. It will save you from my blade. Haben dich fertig gemacht. Du hast nichts zu lagen. Noll. Ist der Kopf hat ihn mit der Banane besiegt oder was? Ah, natürlich. Der Kompass zeigt jetzt eine Nollelichtung auf. Ja. Und es scheint weiter zu gehen. Ah, da hinten hat was aufgeleuchtet. Kompass? Kannst du mal Buch durch... ...notieren? Nee. Geht noch nicht weiter. Ja. Ja, wir müssen wahrscheinlich weiter fahren. Weil... Jawoll. Genau. Warum ist das alles so hell in dem Spiel? Komm. Oh, der steht einfach nur klar, während wir uns hier abbühen. Hm. Was macht denn hier? Ich dachte, wir fahren. Nanker einholen. Ja, Anker einholen. Ach so. Aber guck dir mal Stummelchen an. Der holt denn alleine einen. Ah, ich sehe wieder nichts. Wir fahren direkt auf den Fels dazu. Ja, ich sehe nichts. Jetzt haben wir einen Gramm. Ja. Ist der ein Weg oder was? Nee, das Segel hat... Nee, das Segel hat... Also ich weiß nicht, wer das Segel gemacht hat, aber... Stummelchen. Ich habe gar nichts gemacht. Ihr gehört bestraft. F. Ich glaube, wir haben noch was gehabt. Ja. Und ich glaube, wir werden gleich wieder was haben. Oh ja. 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 Egal. Frag dich mal warum. Frag dich mal. Kann ich auf dem Holzfass nehmen wir jetzt Holz oder was? Ja. Nee, ich hab jetzt schon. Der fährt doch bestimmt da wieder irgendwo da geh ich, ne? Ja, natürlich. Ich würde ja gerne mal hier die Kurve jetzt kriegen. Aber... Ich glaube, das wird nichts. Jetzt lass doch mal das Segel, Stummel. Ich wollte jetzt... Nein! Ich hab's doch schon hochgemacht. Ich will auch mal ein Loch stoppen. Bleib du mal auf. Ich stopp die Löcher dann. Weißt du, wie es geht? Wird ja angezeigt. Du siehst ja schon übel aus, die Bretter, die du hier angebracht hast. Besser ging's nicht. Da kann er nichts dafür. Ah, der Kompass dreht sich neu. Und direkt da hinten zu dieser Höhle. Wäschehöhle. Dort, wo das Schiff hinfährt? Ja. Ja. Ja, da versuchen wir mal in die Höhle rein zu fahren. Ich bin noch zu jung zum sterben. Ja, das ist egal. So, und Stumi merkt ihr, wenn du die Segel machst, das Hauptsegel nicht so tief. Nicht so weit nach rechts. Oh ja, gleich stoppen. Genau. Wir fahren in die Höhle. Und was wir dort drinnen finden, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hab Angst. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüssi! Tschüssi! Ja, komm, ich wollte mal kurz. Ich will ein Stück. Boah, da macht ein Kuh, Leute. Da passt sich ja was rein. Da brummt. Boah, ich hab dir. Ja, ha, ha, ha! Nee, der Kuh geht rein. Du musst mal den Eimer, du musst mal den Eimer fassen. Du sollst den Eimer fassen. Du schnisch eine Kuh. Oh! Oh, oh! Vielen Dank.